Moin Moin, hier ist Dietmar von Tariftipp.de und ich habe ein neues Test-Smartphone bekommen von Samsung und zwar das Galaxy A20e. Es ist ja das günstigste Smartphone der A-Klasse von Samsung, also quasi der Einstieg. Das E steht ja auch für Essential. Ich glaube, es kostet mittlerweile so 130 Euro etwa und ja, ich teste das Smartphone gerade auf Herz und Nieren und wenn ihr mal auf meinem Kanal schaut, findet ihr auch schon diesen vollständigen Testbericht. Dieses kurze Beispielvideo hier drehe ich übrigens mit der Hauptkamera in der maximalen Auflösung. Die beträgt hier Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Wie immer nutze ich die internen Mikros und ja, das soll es schon gewesen sein. Ich grüße euch, wünsche euch schöne Weihnachten. Bis dann, tschüss.